Ich bin der Jonas Janka und mir liegt sehr viel Zeit dran, dass ich vom Stoffen loskomme. Im Moment habe ich noch nicht so viele Probleme damit, nur mit dem Lachen auf der Zeit wird es immer wieder schlimmer. Und wirst du mal geärgert in der Schule? Ja, in der Schule habe ich sie auch gehänzelt. Und was sagen die dann gegen dir, wenn die helfen? Die fangen so kurz an, die Schule abzumachen. Das ist schweißbar, oder? Und deswegen tut mir ganz deutlich, dass dieser Kurs für mich mein Erfolg wird. Ich habe deutliche Fortschritte gemacht. Stotterst du ich gar nicht mehr? Hm, und wie ist das dann möglich, dass du gar nicht mehr stotterst innerhalb von fünf Tagen für den Kurs? Dank der Ferro-Technik ist das möglich. Und was spürst du dabei, oder was findest du davon? Ich bin ganz baff. Es war so gut, dass man es nicht in Worten fassen kann. Nach vier Jahren bin ich endlich vom Stottern geheilt. Schlussfolgerung. Endlich kann ich stotterfrei reden. Mein Name ist Jonas Janker und wie Sie sicherlich schon auf dem vorherigen Video gesehen haben, war ich auch mal ein Stotterer. Vor etwa 962 Tagen habe ich hier bei der Ferro angefangen. Ich bin seit ca. 544 Tagen stotterfrei. In der Schule wurde ich wegen meiner Stotterns oft gehänselt. Und wie Sie mich jetzt so sprechen hören, können Sie sich bestimmt im Kontrast zu dem vorherigen Video denken, dass diese Therapie wirklich gewirkt hat. Vielen Dank.